Willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Gucken wir mal weiter, wie es jetzt hier in Venedig weitergeht. Dann geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Äh, drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio. Das werden wir brauchen. Und, okay, dein Schwert heißt Bianca. Ich habe schon gefragt, wieso er nach Bianca schreit und in Kisten nachschaut. Gut, dann befreien wir mal hier ein paar Leute. Können wir nicht einfach hier die Tür aufmachen? Ich glaube, ich sollte mir doch aufwäschern. Was sollen wir mit denen machen? Okay. Anonym werden. Würde ich ja, wenn er da runterkommt. Geht doch. Vielen Dank für die Hilfe, Freund. Wir würden mit euch kämpfen, wenn ihr uns wollt. Mir nah. Das stimmt, wir müssen jetzt noch mehr befreien. Die eine Hälfte geht zurück. Wir haben einen komischen Anführer. Die andere Hälfte kommt mit uns. Ah, gehen wir wieder auf die Stolche. Die Klingen. Gerade für den Anfang immer das Schlauste. Das hat nicht geklappt. Na gut, wir sind eine Überzahl. Erst was down. Oh, jetzt kommt Verstärkung für die. Das ist aber kein Problem. Noch mehr Leute. Nice. Das läuft gut. Kriegen ganz schön viele Leute. Entschuldigung. Wie viel brauchen wir denn? Insgesamt ist die andere Frage. Ich habe immer noch nicht die ganze Karte aufgedeckt. Fällt mir auf. Erst mal weiterspielen. Los, das Lauf, Lauf, Lauf. Meine Gruppe wird angegriffen, aber die hat mich auch gleichzeitig umgestoßen. Ich lasse meine Gruppe ja nicht alleine. Nein, nein. Wir kommen. Oder? Da kommen wir. Sperrträger? Die sind neu. Oder? ich hab's schon guter move ich hatte einfach nur zu stecken er will fliehen und den haben wir auch haben wir alle 30 goldene zahl im videospiel meistens irgendwas zu wiederholen und da war müssen wir hin acht wieder hat auch noch viel aufzudecken sich gerade muss ich alles dann auf kann man machen da oben wollte ich nicht vielleicht kommen wir doch einen schritt weiter und jedoch schneller rüber hier sind immer die fehler mit also später eine wenige ansammeln neben die mauer glaube ich ach nee etwas zu früh und gesammelt salve etio willkommen und gut gemacht mein herr erstrahlt in altem glanz jetzt wird silvio erkennen was für einen fehler er gemacht hat wie sollen wir vorgehen ein direkter angriff auf das arsenal nein sie würden uns am tor massakrieren ich habe einen anderen plan nehmt meine männer und verteilt sie im bezirk der ärger den sie machen wird silvio zwingen die meisten seiner wachen abzustellen und wenn das arsenal etwas leerer ist kann ich hinein und ihn töten es sagt ihr werdet kaum gegner haben hoffentlich schluckt er den köder keine sorge das wird er das ist gut dann ziehen wir das genauso durch anschließend da da im sch- dass gekontert hallo könntest du einfach zu stechen du kannst dich noch mal zu stechen nachdem er abgewehrt hat oder logik wir wollen weiter wir können jeden gegner uns an aufhalten aussieht von kann ich auch nicht mitnehmen werden die wer weiß was machen die müssen wir ausschalten doppel antwort machen den haben wir wartet ihr die mal in ruhe lassen wartet hier auf mein signal wie ihr wünscht los geht's okay dann mit den nächsten weiter das müssen wir jetzt vier mal noch machen also jetzt insgesamt dreimal noch insgesamt insgesamt viermal jetzt dreimal noch okay dafür müssen wir auf die andere seite des flusses machen wir das mal was ist ich habe den großen dabei sich schafft mich auch sofort oder später kippt um es geht aber relativ zügig voran also ist jetzt nicht so das problem ich bin ja vorsichtig jetzt nicht jedes mal zurücklaufen muss neue leute holen das hätte ich dem spiel auch zugetraut ich brauche mal ganz kurz das hier ich habe noch immer eine leute angegriffen weil sie erkennen also müssen wir die so aus dem weg rufen ja ich dachte wir würden uns auch angreifen wie wichtig jetzt hier auch erstmal kurz auf den weg rufen bevor er von hinten angreift und noch zwei okay das ging einfach alter was ist mit den falsch gebt ein zeichen wenn wir zuschlagen sollen also das waren alle okay dann dackeln wir einmal zurück und zieht sich direkt durch 50 k an der truhe in der villa müsste ich demnächst mal abholen hier rüber eine merkwürdige art der fortbewegung da seid ihr ja ist es getan ja alle eure männer sind in stellung bene bene nehmt dies ihr wisst ja wie man damit umgeht findet den höchsten punkt im bezirk schießt es von da aus ab auf dieses signal hin werden meine männer den angriff beginnen nun gut ich sehe euch dann auf dem schlachtfeld das werdet ihr wunderbar höchster punkt naja können wir hier rüberschwimmen also das ist der höchste punkt hier im stadtviertel okay kommen wir hier eigentlich jetzt auch hoch nicht das ist aber etwas höher einfach weiter klettern Kommst du hier nicht? Ich wollte gerade sagen, wieso kommst du da nicht rüber über diese kleine Sache? Aber na gut. Ich bin halt hier lang. Und? Nein, 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 nein. Nur da hoch. Ja, jetzt sieht man, überall wird gekämpft. Oh. Bianca macht den großen Bodyguard fertig. Du brauchst meine Hilfe. Ja, wir beeilen uns. Nein, nein, nein. Lass los. Wir wollen in diese Richtung. Wir müssen uns beeilen. Musst zum Arsenale zurück. Warte, den können wir nicht glocken. Habe ich vergessen. Wollt ihr Gesellschaft? Ach komm, Dickerchen. Geht doch, Dickerchen ist down. Okay, jetzt folgen wir ihnen. Dann hat es geflohen, ja. Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand zu fallen. Jo, kannst du weg mal, du Hurensohn. Fort Caputana. Komm, Ezio. Wir müssen dieses ehrende Schwein aufhalten. Ich will erst mal den da. Können wir ihn von hinten bekommen? Nee, wir können ihn nur zu stechen. Geh weg. Wieso rennt ihr weg? So, der Kerl hilft mir mit Dante. Genug davon. Wir haben keine Zeit. Kommt zu mir. Wir müssen abreisen. Ezio, geht jetzt. Dieser Rolling führt euch sicher direkt zu seinem Meister. Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen. Okay, danke. Schnell. Die wollen ohne uns ablegen. Wir müssen einen Antat auf beide machen. An mir kommt niemand vorbei. Ich dachte, ich krieg vielleicht beide. Ah, verdammt. Ich muss dich übersehen. Komm, komm. An mir kommst du nicht. Ich dachte, ich krieg vielleicht beide mit dem Attentat. Hallo, Ezio. Und nicht das. Ich hab gesagt, mach was anderes. Von dir. Das nimmt kein gutes Ende. Hilfe! 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 Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Doge? Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypan heißt ihr Ziel. Sie wollen... Sie wollen... Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescant in Pache. Okay, Zypan. Gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartholomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Ja, das werden wir mal sehen. Müssen wir jetzt nach Zypan? Oder wo landen wir jetzt? Wir fanden Dante halt. Ja, die werden wir uns alle in Ruhe nochmal ansehen. Oder anhören. Okay, die Sequenz 10 beendet. Sind wir ja schon fast durch. Aber wir sind weg erstmal in Venedig. Mal sehen, was jetzt auf uns zukommt. Hat er nämlich die gesamte Stadt aufgebaut hat. Da bist du ja, Ezio. Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Wirklich? Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ach ja? Es ist über 10 Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. 10 Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor. Aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Taten ist es jetzt hier besser. Basta. Schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo. Du bist zurück? Seit eben. Ich muss mit dir reden. Sofort. Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, kein Zweifel. Komm mit mir. Bleib nah. Wenn man gerade die Folge banden und dann kommt Leonardo. Ich weiß nicht, warum ich es nicht früher bemerkte. Aber als ich sie zusammenfügte, sah ich, dass die Markierungen einen Sinn ergaben. Hier. Der Prophet wird erscheinen, wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Prophet. Nur der Prophet kann sie öffnen. Zwei Edensplitter. Was sagst du da? Ezio, was ist los? Wir kennen uns nun schon lange, Leonardo. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann keinem. Mein Onkel Mario sprach vor langer Zeit davon. Eine Prophezeiung. Versteckt im Kodex. Eine Spur zu einer alten Gruft, wo etwas sehr Mächtiges ist. Grandioso. Aber wenn ihr diese Seiten von den Barbarigo habt, dann wissen sie vielleicht auch von dieser Gruft. Das ist nicht gut. Wartet. Und wenn sie das Schiff deshalb nach Zypern gesandt haben, um den Edensplitter zu finden und ihn nach Venedig zu bringen? Wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Er scheint der Prophet. Nur der Prophet kann die Gruft öffnen. Mein Gott! Als mein Onkel mir von dem Kodex erzählte, war ich zu jung, zu dumm, um mir vorzustellen, dass es mehr ist, als nur die Fantasie eines alten Mannes. Aber jetzt weiß ich es. Der Mord an Mocenico. Der an den Medici. Meinem Vater. Meinen Brüdern. Alles Teil des Plans. Um die Gruft zu finden. Der Spanier. Rodrigo Borgia. Das Boot aus Zypern kommt morgen. Ich werde da sein, um es zu empfangen. Viel Glück, mein Freund. Ach, das war es jetzt? Ich will die Folge ja beenden. Soll ich mal ganz kurz gucken? Ne, warum sollten wir ihm jetzt folgen? Da wird wer weiß was machen. So. Warum müssten wir das dann nicht weitermachen hier in Venedig? Da kommen. Da. Hafen. Okay. Hier oben ist auch noch ein Stück. Das könnten wir wahrscheinlich auch demnächst aufdecken. Wann decken wir denn auf? Ist eine gute Frage. Ich weiß, dass wir für die letzte Sequenz alle Codex-Seiten benötigen. Die muss ich auch nochmal auf Camden sammeln. Am besten, dann werde ich auch die Federn sammeln. Aber ich würde diese Sequenz erst nochmal durchspielen und dann sehen wir uns wieder. Also, den machen wir weiter. Den mache ich oft kein weiter mit dem Sammeln erst. Aber wir sehen uns jetzt wieder in der nächsten Folge. Haut rein. Wrong. gentleman. Yuri.